Willkommen auf deinem besten Kanal in der Steinmark. So Leute, wie ich es schon gesehen habe, haben wir jetzt längere Zeit, immer das gleiche Intro gehabt und jetzt sollte mal ein Upgrade kommen und jetzt haben wir ein neues Intro gestaltet. Schreibt es bitte in die Kommentare rein, wie euch das Intro gefällt, ob ihr es hören sollt oder nicht. Jedenfalls, Leute, eine ShitTV Armbänder gibt es noch immer. Das ist unten in der Link in der Beschreibung geschrieben, wo ihr zu dir hinkommt und jetzt kommen wir zum Intro. Viel Spaß! So Leute, das war unser Intro. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie vor euch schon gesagt, kommentiert ihr, ob es euch gefallen hat und jedenfalls, wie ihr vorher schon gesagt habt, die Bandung gibt es unten in der Link in der Beschreibung. Und ja, da oben kommt ihr zum vorherigen Video, was wir gemacht haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und Ciao! Bis zum nächsten Mal.